Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch, wie ich diesen Race Wing von Cirilla gebaut habe. Dieses Video habe ich in Zusammenarbeit mit dronefactory.ch gemacht. Angefangen habe ich damit die Holzteile schwarz anzusprayen und dann wie ihr seht zusammen zu kleben. Ihr könnt da nicht viel falsch machen, die Teile gehen nicht gross falsch zusammen, und wenn ihr nicht zu viel Farbe aufträgt, müsst ihr auch nicht gross schleifen, so wie ich das hier gerade tue. Als Leim habe ich normalen Weissleim verwendet, diesen solltet ihr wohl noch zuhause rumliegen haben. Als nächstes kommt die Montage der Flügel. Dafür nehmt ihr diese Fiberglasstäbe und steckt die quer durch den Rumpf. Die vorgefrästen Nuten in den Flügeln füllt ihr dann mit dem PU-Line, ich habe hier konkret den Gorilla Glue verwendet. Und auch an der Innenseite des Flügels, da wo der Flügel mit dem Rumpf zusammenkommt, tragt ihr eine gute Menge Leim auf, so damit sich diese Teile perfekt zusammenfügen. Damit die Fiberglasstäbe auch wirklich zu untersten in den Nuten sitzen, habe ich die Flügel ein bisschen unterlegt. Es braucht ziemlich genau zwei Zentimeter. Und habe dann anschliessend die Fiberglasstäbe mit einem Schraubenzieher gut runtergedrückt. Hier noch eine kurze Anmerkung. Montiert dieses Holzstück, wo die Antenne des Videosenders angemacht wird, nicht so wie ich schon am Anfang des Bildes. Es macht nur Probleme mit Kabel ziehen und ähnlichem. Macht das wirklich erst nachdem ich die Elektronik eingebaut habe. Es geht bedeutend einfacher. Nachdem dieser Line getrocknet ist und dementsprechend aufgequollen ist, habe ich nun die überschüssigen Teile abgeschnitten und weggemacht. Teilweise habe ich auch ein bisschen geschliffen, einfach so, dass der Flügel nicht verletzt wird, aber dass die Form möglichst perfekt bleibt. Im TBS Powercube Racewing ist alles, bis auf die Servos, was man für einen Racewing braucht, vereint. Der integrierte und automatisch startende Wizard macht einem die Kalibrierung der Fernbedienung äusserst einfach. Wie man sieht, muss man einfach alle Kanäle von Minimum bis Maximum ausschlagen lassen und schon ist das erledigt. Um in das OSD zu kommen, muss man Throttle Zero und Ja ganz links haben für drei Sekunden. Währenddem ihr hier ein bisschen die Einstellungen seht, was ich da so rumgeklickt habe und was ihr für Möglichkeiten habt, sage ich vielleicht noch etwas zu der speziellen Situation mit den Channels. Da kein Flight Controller im Wing Layer Stack mit dabei ist, muss die Fernbedienung, also in meinem Fall die Taranis, die ganze Steuerung der Elevons und so weiter übernehmen. Also ich muss ein Signal senden, dass wenn ich Elevator oben haben will, dass zwei Channels zu 50% hochgehen. Das ist eine Standardkonfiguration, die könnt ihr mit dem Wizard im Taranis Companion ganz einfach machen. Das Problem dabei ist, dass ihr somit dann nicht mehr die richtigen Channel Mappings und Werte habt, um das OSD wirklich steuern zu können. Dies lässt sich sehr einfach umgehen, indem ihr bei den Crossfire Output Channels das so ummappt, dass ihr Channel 1 bis 4 standardmässig braucht für das OSD und dann 5, 6 und 7 zur Steuerung des Flügels über die Servo Outputs einfach rausgebt. Die Konfiguration meiner Taranis habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Eine Videoanleitung, wie das genau konfiguriert, folgt auf meinem Channel in Kürze. Beim Winglayer Stack ist auch der FPVision mit integriert. FPVision ist ein Unify Pro, direkt im Stack integriert und auch über das OSD direkt steuerbar. Wie ihr hier sehen, Band, Channel, wie stark und so weiter, das kann man alles direkt super einfach über das OSD einbauen. Man sieht die Frequenz, es war wirklich äusserst angenehm. Die ganze Konfiguration für die Elektronik hat mich ca. 4 oder 5 Minuten gekostet. Die verschiedenen Komponenten, Winglayer und die FPVision sind zusammen als TBS Powercube Race Wing erhältlich. Ich kann dies wirklich empfehlen. Es hat sehr viele Dinge sehr einfach gemacht und man sonst viel rumfummeln müsste und Dinge unangenehm konfigurieren. Als erstes kommt die Montage der Kamera. Da das mitgelieferte Metall Bracket nicht erlauben würde, die Kamera im Nachhinein einfach wieder zu wechseln, falls man etwas reparieren müsste, zum Beispiel habe ich ein Teil 3D gedruckt, das es ermöglicht, die Kamera jederzeit wieder aus- und einzubauen, ohne den ganzen Flügel auseinandernehmen zu müssen. Wie immer könnte ich die von mir 3D designten Teile natürlich bei Thingiverse unter dem eingeblendeten Link herunterladen. Da leider keine TBS Kamera verfügbar war, habe ich eine Foxeer Arrow genommen. Die ist sicher auch nicht schlecht. Das Problem ist einfach, die Pins sind ein bisschen anders belegt und wie ihr seht, musste ich die da ein bisschen umarrangieren. Zuletzt wird die Blende der Kamera noch montiert. Dies ist gleichzeitig ein Schutz vor Dreck und ähnlichem. Dafür braucht ihr diese zwei sehr kurzen Fiberglasstäbe, die ihr quer durchschiebt und dann dieses Holzstück entsprechend montiert. Die gesamte verwendete Elektronik ist von Team Blacksheep. Ich verwende den Wing Layer, der hat keinen Flight Controller, die Kanäle werden von der Fernbedienung direkt gesteuert. Das TBS GPS, das TBS FP Vision, das ist ein OSD kombiniert mit dem Unify Pro und TBS Crossfire Micro. Für eine bessere Optik habe ich LEDs montiert, bei welchen man die Farbe wechseln kann. Da das System keinen Flight Controller hat, lassen sich Dinge wie Return to Home, Hold Position oder auch das Wechseln der LED Farbe nicht umsetzen. Return to Home und Hold Position ist gar nicht möglich auf diese Art und Weise und für die LEDs wurden halt solche verwendet, die mit Dipswitches umgestellt werden können. Zur Steuerung des Flügels werden Servos verwendet. Ich habe die genommen, welche im Manual vorgeschlagen werden. Das sind Krautner Servos. Mein lokaler Hobby Shop hat mir zwar versichert, dass auch viel schwächere und weniger schnelle Servos genau gleich gut funktionieren würden, ich wollte mich jedoch an die Anleitung halten. Ich habe die Servos mit einem Servo Checker auf die Mittelstellung konfiguriert und dann entsprechend eingebaut, so dass das Horn möglichst mit 90 Grad nach oben gestanden ist. Dies ist wichtig, damit nachher eine möglichst hohe Effizienz erreicht werden kann. Nachdem ich ein bisschen Schaumstoff aus den Flügeln ausgeschnitten habe, habe ich die Servos mit Gorilla Crew in den Flügel reingeklebt. Damit ich das GPS Modul und den Crossfire Micro Empfänger möglichst gut montieren konnte, habe ich mit dem Lötkolden den Platz dafür freigeschmolzen. Ich empfehle euch den Lötkolden ein bisschen heiss reinzustellen, aber dann bitte gut zu putzen, denn es ist ziemlich messy. Falls ihr einen alten Lötkolden habt, braucht den. Da der Gorilla Glue weiss wird, wenn er getrocknet ist, habe ich alle Elektronik, die Servohörner, Kabel und so weiter abgeklebt und dann den Flügel noch einmal schwarz gesprayt, bevor ich begonnen habe ihn zu laminieren. Beim Laminieren kann eigentlich nicht viel schief gehen, solange ihr sauber arbeitet. Die zwei Balsa Holz Elevators werden mit dem Orangen eingepackt und das Transparente ist für den Rest des Flügels. Damit die orange Folie nicht verletzt wird, habe ich das Haushaltspapier, in welcher die Elevator geliefert wurden, direkt als Unterlage verwendet. Damit die Folie aufgetragen werden kann, wird ein spezielles Kletteisen verwendet. Dies ist in diversen Modellshops erhältlich und wenn ihr es auf ca. 160 Grad einstellt, könnt ihr die transparente Folie direkt mit dem Schaummaterial des Flügels verschmelzen lassen. Testet es aber unbedingt zuerst an einer kleinen Ecke, sodass sie nicht direkt euren Flügel zerstört. Die transparente Folie hat eine Matte und eine klare Seite. Die klare Seite ist die, auf welcher ihr bügelt. Die Matte gehört gegen den Flügel. Zusätzlich könnt ihr nachher, falls ihr noch Blasen habt oder ähnliches, auch mit einem Heissluftfön vorsichtig noch den Rest zu laminieren. Da ich die Antenne des TBS Crossfire Micro senkrecht montieren werde, durch den Flügel hindurch, habe ich dafür schon das Loch gemacht und entsprechend die Löcher im Laminat vorgesehen. Da das Laminiermaterial ein bisschen grösser war als die Flügel, habe ich das benutzt, um die Kanten doppelt zu laminieren und schlussendlich habe ich dann noch starkes Klebeband über die Kanten geklebt, sodass es möglichst unzerstörbar wird. Zur Montage der Elevons habe ich auch wieder dasselbe Klebeband verwendet und gut darauf geachtet, dass ich ca. 1mm Spalt habe zwischen dem Flügel und den Elevons. Dies ist sehr wichtig, sonst wird die Bewegungsfreiheit des Elevons massiv eingeschränkt später. Nachdem ich das Akkufach und den Platz für die HD-Kamera mit Anti-Rutschfolie abgeklebt habe, ging es an die Montage der Elevons. Dafür habe ich mit einer Ahle einfach Löcher durch das Balsaholz gestossen und anschliessend mit den mitgelieferten Schrauben festgeschraubt. Es ist sehr wichtig, dass vom Horn des Servos eine gerade Linie bis zum Elevator durchgezogen wird. Nur so wird die maximale Effizienz gewährleistet. Schlussendlich wird dann die Lenkstange vorne beim Servo eingeführt und dann hinten durch den mitgelieferten Montagebolzen befestigt. Im Neutralzustand des Servos sollte über der Kante des Elevons zum Flügel ein Spalt von 2mm entstehen, wenn ihr ein Lineal über die ganze Länge legt. Als Finishing Touches habe ich dann noch die Antenne richtig montiert von Crossfire und anschliessend die Kanäle getestet mit der Fernbedienung, dass auch alles stimmt. Und zu guter Letzt den Deckel montiert, damit die Elektronik nicht so offen rumliegt. Hier nun ein paar Ausschnitte des Maidenflugs meines Wings. Wie ihr sehen, hat das OSD jetzt realisiert, dass ich losgeflogen bin und hat angefangen interessante Informationen anzuzeigen. Ich muss wirklich sagen, dass der Winglayer da ganze Arbeit leistet. Die Richtung des Home Points ist ziemlich gut. Die Geschwindigkeit ist ein sehr angenehmes Indiz. Wie wir hier sehen, bin ich jetzt ca. 60 Stundenkilometer schnell und versuche gleich noch ein bisschen schneller zu werden. Für den Falle eines Absturzes sind die Koordinaten am unteren Rande des Bildes sicher auch nicht schlechtes. Diese Instabilität, die ihr seht, die war wirklich so. Ich war nonstop am korrigieren. Es kann sein, dass das einzig und allein aus Gründen des CGs ist, weil ich den ziemlich schlecht gemacht habe in meinem Bild. Also der ist viel zu nose heavy, viel zu viel Gewicht in der Nase. Ich arbeite daran, das zu korrigieren und werde dann ein Update machen, ob das besser geworden ist. Hier sehen wir, dass ich bei meinem ersten Flug hinter das Haus geflogen bin und mein Videobild ziemlich zusammenbrach. Und weil ich wusste, dass da ein Maisfeld war, habe ich mich dann dazu entschieden, kontrolliert abzustürzen. Glücklicherweise ist nichts passiert und ich konnte an diesem Tag noch weiter fliegen. Nachdem ich einiges gebastelt habe und fast 80 Gramm Fischerblei zusätzlich verbaut habe, um den CG besser hinzukriegen, hatte ich bessere Flugresultate, wie ihr im Moment sehen könnt. Leider war es auch so nicht wirklich perfekt, sage ich jetzt einmal. Ich hatte immer noch ziemlich viel Jodrift. Der Hersteller des Flügels Chirilla wird mir in Zukunft wohl neue Winglets schicken und damit habe ich hoffentlich einen stabileren Flug. Wenn dies passiert, mache ich ein neues Video und informiere euch darüber. Die Bauanleitung ist jedoch immer noch gültig, auch für deren Nachfolgeprodukte. Ich habe sogar das PDF verwendet als Basis beim Bau, welches für den nächsten Flügel für ihr aktuelles Produkt gemacht wurde. Das ist auch der Grund, warum ich nicht so konkret auf das Produkt eingehe beim Bau, sondern es mehr als allgemeine Bauanleitung für Race Wings aufgebaut habe. Alle verwendeten Komponenten sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei DroneFactory bedanken. Dank DroneFactory.ca war es mir möglich, diesen Wing zu bauen und dieses Review zu machen. Vielen Dank. Hey, vielen Dank für's Schauen dieses Videos und falls es dir zugesagt hat, findest du hier weitere. Es hilft meinen Kanal sehr, wenn du ihn abonnierst und meine Videos kommentierst, likest und teilst. Und falls du über meine neuen Videos informiert werden willst, kannst du die Benachrichtigungen mit Klicken der Glocke aktivieren. Merci vielmals. Tschau zäme. Musik Musik